Autos, ich mag Autos. Hoffen, die fahren jetzt ein Auto. Uh, nett. Lincoln. Hey, geil, wir gehen durch den Wald. Guckt euch mal das an, Leute. Wow. Hey, guck mal da unten, so ein Fischreier. Also, ich find sie auch ziemlich cool. Also, oh, guck doch mal diese Grafikeffekte an, Leute. Hammergeil. Wow. Also, sowas tut ich glatt als Desktop-Hintergrund. Ey, guckt mal. Ach, du Scheinersinn. Könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebensbar hier ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Alter, man gäbe sich diese Location, Freunde. Also, ich hätte hier echt die ganze Zeit jetzt stehen bleiben können. Scheiß aufs Ende des Spiels. Wir bleiben jetzt für immer hier. Nein, Spaß. Wir müssen ja leider weiter. Gucken uns hier selbstverständlich noch um. So. Ist voll. Na, wenn's voll ist, dann können wir uns ja schnell Sachen machen. Uns fehlt das Band, aber wir können ein Ding machen, oder? Uns fehlt das Band. Ah, ja. Heiltempo. Artefakt. Gut, dann gehen wir mal weiter. Hä? Was für ein Kleiner? Wo? Kleiner? Was für ein Kleiner? Hä? Was hast du hier gesehen, wenn ich fragen darf? Das macht mir jetzt gerade ein bisschen Angst. Da vorne ist ja schon die Stadt. Also, gehen wir da mal hin. Ich hoffe, dass wir da auch, äh, freundlichst empfangen werden. Man weiß ja nie. Wow, aber echt, ey. Das war jetzt gerade echt schön. Von Regen die Traufe quasi, ne? Also, ich sag's mal so von, vom Schlechten ins Gute. Was denn? Glühböhmchen. Ja, das seh ich. Mach dir den Spaß. Geil. Süß. Gucken wir mal hinter dem Häusel. Vielleicht ist da auch noch was. Ne. Okay. Aber hier scheint was zu sein. Nutze Bretter, um Lücken zu überbrücken. Jawohl. Machen wir das doch gleich mal. Welche Lücken, wenn ich fragen darf? Wo ist denn hier eine Lücke? Also, hier ist schon mal keine. Das hab ich gerade festgestellt. Wo haben wir hier denn eine Lücke? Lücke, Lücke, Lücke. Wo ist eine Lücke? Um eine... Ah, da haben wir es doch gerade. Ah, ja. Das bringt mir jetzt was. Was hat das mir jetzt gebracht, wenn ich fragen darf? Wo muss ich jetzt eigentlich lang, wenn ich fragen darf? Ja, nochmal Fragen hier. Immer diese Fragen. Also, hier ist nochmal das Brett. Das hab ich jetzt schon mal gesehen. Ich glaub, wir müssen da vielleicht sogar zurück zum Eingang. Vielleicht kommen wir dann rein. Kann doch sein, dass ich mich irre, weil es hier wieder so The Last of Us Fanatiker gibt. So wie ich euch kenne. Aber ich kacke jetzt drauf. Kann ich da drüber? Nö. Ach ja, vielleicht dann hier. Ah, warte mal. Geh mal nochmal da hin, weil vielleicht komm ich ja mit dem Brett hier rüber. Nee, dafür ist das Brett nicht so lang. Dann platzier's mal hier. Genau. Dann gehst du mal da lang. Da hoch. Oh, was ist das denn? Ui. Tauschen wir das. Das ist geil. Ja, geil, Alter. Nahtkampfverbesserung. Verbessere eine beliebige Nahkampfwaffe, um Gegner mit einem Treffer zu töten. Die Verwendung der Verbesserung ist jedoch eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt ist, geht sie kaputt? Na, sowas. Da wäre ich hier gar nicht drauf gekommen. So, und jetzt kommen wir hier rüber. Auf Wiedersehen. Kein Spaß. So, ich geh zuerst. Nix tauschen. E3. Ist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Billy the Kid. Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Ärgerlich. Das soll er sein? Das wäre gut für uns. Ja, das wär's. Hm. Nettes Auto. Uh, da haben wir noch was flacken. Gucken wir mal nach. Ah, siehste mal. Jetzt können wir uns wieder Messerchen machen. Aber wir haben jetzt so eine schöne Nahkampfwaffe gefunden, da müssen wir doch eigentlich kein Messerchen mehr benutzen. Für ein paar Tage. Oder ein paar Gegner. So sollte ich ja sagen. Hier lang. Sei vorsichtig. Nicht, dass du fällst. Jetzt fällst du einfach drauf. Geiler Klappstuhl. Geiles Fahrrad. Geile Mülltonne. Ja, hier fühle ich mich wohl. War ein Scherz. Geiler Wasserspender. Geile Bierflasche. So. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt wo lang? Was ist was? Shit. Was ist was? Was ist was? Was ist was? Hey, macht mir nicht so eine Angst. Oh Mist. Hey, 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 hey. Beweg dich nicht, Schätzchen. Ja, eigentlich wollte ich gerade ein Messer, den umbringen, aber YOLO. Machen wir das einfach nochmal. Ja, ja, genau. So, dann nehmen wir hier nochmal das Ding. Das habe ich auf einmal keins mehr. Pass mal auf, Fräulein. Du denkst, du kannst mich hier für immer aufhalten, oder? Da hast du dich aber falsch geschnitten. Arschloch. Ist er tot? Der lebt noch. Oh. Der Arsch lebt noch. Er lebt noch. Oh, das sind zwei. Verpiss dich. Macca, wo kommen die ganzen Klicker her? Mann. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass ich den mit, äh, ja, ne, Gehirnteilen, äh, beglücken durfte. Oh, scheiße. Das waren zwei. Woher kommen die bitte? Hier muss ja ordentlich was passiert sein. Hey, mach mal Platz, Schätzchen. Mach mal das Flash Limit. Weil das macht den lautesten Knall, wie ich finde. So, wo war denn der Klicker drin? Der war hier drin. Da! Hier flackt sein... oberes... Kopfdeckenteil. Und er lebt immer noch. Ist das zu glauben, Freunde? So, was hätten wir denn? Dann machen wir erstmal ein hübsches Messerchen. Wundermal. Ja, scheiße, jetzt haben wir kein Band. Aber ich glaube, hier haben wir doch eins gesehen, oder? War ja nicht ein Band. Band! Das ist doch ein Band. Egal. Oder Leinentu, was auch immer. Da, hier spritzt sogar noch das Blut von dem. Also, wie kann der sowas überleben? Das ist doch abnormal. Mann. Ey. Mal echt, ey. Ich hätte nie gedacht, dass es zwei ist und ich habe das eingesehen. Wer hier ist jetzt auch noch einer drin? Dann gibt es aber Ärger. Aha, da. Spürst du, wenn jetzt hier auch noch so ein scheiß Klicker ist? Weil der war ja ganz ruhig, ne? Von dem hat man gar nichts gehört. Hallo? Anyone here? Uh, Zahnräder. Was denn? Was denn? Was denn? Was tust du pusten? Ich kann nicht nur, Pfeifen zu lernen. Ah. Nun kannst du nicht pfeifen. Und das gibt Pfeifen? So ist Pfeifen, Schätzchen. Also, könnte es immer ein bisschen leise sein? Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Pillennotiz. Jawohl. Für die Frau eine Pille. Das müssen wir einfach lesen. Erinnerung. Mehr Pillen sammeln. Natürlich. Ich weiß auch wofür. Und ich muss mehr Munition beschaffen. Wir bleiben nur drei Wochen, bis wir zur nächsten Lieferung für Tess. Blablabla. Waffel. Waffel, Waffel. Wunderbar. Ist ja irgendwo so ein Werktisch, wo ich dann, ne, meine Arbeit verrichten kann. Hier kamen wir her. Hier waren wir schon. Gut, dann gehen wir hier weiter. Ja, quietsch halt noch mehr. Toll. Hier komme ich wieder raus. Hier muss ich nicht hin. Glaube ich. Warum musste ich hier rein, wenn hier sowieso nicht viel ist? Naja, egal. Oh, da war noch was. Hier war noch ne Waffe. Ich hab's doch gesehen. Hier war noch was. Da. Munition. Jawohl. Alter, wie viel Muni. Ach, solche kleinen Pistolenkugeln sind ebenfalls, als Muni gedacht. Oh, da muss ich aber noch mehr aufpassen, du. Das ist ja garstig. So, und jetzt. Was war jetzt? Hinweis. Hilf Ellie über den Zaun. Jawohl. Ellie, komm mal mit. Ich brauch dich für etwas. Ich muss dich mal etwa, äh, ich muss dich mal kurz nötigen. Ärgerlich, ne? Hier, hilf mir hoch. Nö, dir doch nicht. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das sonst aufkriegen? Na gut, dann mach hin, ey. Gut. Stell den Fuß drauf. Mach es nur auf, sonst nichts. Geh klar. Vorsicht. Oh, brach. Ah, lebst du noch? Mal sehen. Ja, sauber. Danke. Danke, ja. Du bist so ein braves Mädchen. Uh, nette Stadt, aber die da hier Klicker sind, denke ich mir mal. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Ja, hier, Sheriff. Dann suchen wir Tommy. Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Er muss zum Dünger. Wow, was war das? Er ist weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Wir gucken uns hier uns aber erstmal um, meine Freunde. Weil ich mal gucken will, was das hier alles so gibt. Äh. Wo ist ein Zwerg? Ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Oh, süß. Und wie findest du mich? Die machen mir Angst. Und wie findest du Bären? Verstehe. Ich hoffe, du magst Bären. Bären sind noch süßer als alles andere. Äh, ja. Sowas muss ich einfach immer am Rande sagen. Meine Bären sind doch voll süß, Leute, oder? Was findet... Was sagt ihr? Ja. So. Okay, scheint es nichts mehr zu geben. Also gehen wir mal weiter. Also, Muni, für die Waffe hab ich leider nicht mehr. Finde ich etwas schade, weil die Waffe ist echt derbe. King ist es. Dies ist King. Hallo? Ich stoppe, ja. Hey, ist alles leer, Mann. Aber ich kann zocken. Lass mich mal spielen. The Turning. Wow, was war das? Wow, sieh mal da. Ja, magst du mal spielen? Ich geb dir auch Kleingeld. Ach, ist das die... Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Die da wohl gemerkt. Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Geil. Ich war nie ein großer Fan von sowas.